Ja, willkommen zurück hier, Trackmania Streamer Mark hier. Heute mit Track, war es schon 40? Track 40? Ja, ne? Jawohl, es ist Nummer 40. Kurz gucken, was ich gestern gemacht habe. Eine 33 540 habe ich gemacht. 31 540. Und das ist Top 15 Nordrhein-Westfalen. Also ein bisschen bessere Zeit als letztes Mal. Okay. Dann, der Track von heute. 9. August. Oasis. Origox. Ich glaube, der war auch schon mal da. Okay, mache ich direkt die Autorenzeit wieder rein. Auf geht's. 58.2 hat der jetzt sogar. Wie geht das denn, ey? 50.2 hat der jetzt sogar. 50.2 hat der jetzt sogar. Toll. 58.1.2, ey. Puh. Ah, Mann, ey. Ich kann leider kein, ähm... Mann, ich verstehe es immer noch nicht mit Dirt. Verstehe es immer noch nicht. Und Gras ist auch schwierig. Aber ein sehr neister Track, das macht Spaß. Ähm... 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 Die Riesel wieder mit 56.9.2. Das ist echt insane, ey. Echt insane. Düsseldorf... Und... Und... Ja. Ansonsten ist das eventuell ein Track, den ich dann im Stream ein bisschen handen werde. Alles klar. Ja. Und mich. Ja. 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 Vielen Dank.